bett rum darf zu morgen das bete zu machen dann nehme ich mal meinen türklopfer mit so ein feuerdödel bei uns ja jetzt alle leuchten das gelöte unten längst So, warte mal, ich will das bohren, bitte, danke. Und dann fahr ich da schon mal ein Dröhnchen rüber. Die haben die Luke aufgemacht an der Ecke jetzt, mit diesem Seiteneingang runter. Haben wir sie doch. Haben wir sie sowieso. Nee, ich meine, wir sind aufdecken. Ah, hier hab ich meine Kamera hingegen. Böser Bumpe. Oha. Und tschüss. Ui, ui, guck mal. Werner gesehen, okay? Helmut! Oh, da war einer. Ah, schade, ich krieg's. Das Jäger. Warte, das Team kann man nur zuschießen, wenn's krass ist. Ja, ja, genau. Wie geängstigt ist, ist Angstgast. Endlich. Die waren halt gecheckt. Schade, Ella kommt von unten. Von unten? Von Kunstdings. Es war halt einer gecheckt und da saßen aber zwei und ich hab von unten ne Granate dagegen geschmissen. Ah, das war der. Ich konnte einiges scannen hier gerade. Ich hab Kostkennungen gemacht. Ah, göttlich. Mit dem Kill hab ich tatsächlich auch ein Assis gekriegt, weil ich hab den vorher schon angeschossen. In den Knacksack. Living Room. Der Jäger war so netten, kam einfach so um die Ecke und hockt sich nebenan hin mit genau ins Visier. Ich fühl mir das auch passiert. Ah, guard war das gut. Das hör ich öfter. So. Und das sieht man doch schon richtig hier. Ist die Frage, machen die Luke zu? Oh, ne, Luke ist auch. Oh, ne, Luke. 10 Sekunden. In 5 Sekunden. Und mein Trönchen. Vielleicht brauch ich das ja noch. Jedes Trönchen macht ein Tönchen. Respekt. Ist so. Ah. Der war schwer. Da war er weg. Der Schlingel. Der wird da gemacht. Ah, der kommt ja in dem Moment um die Ecke. Wow, das war noch einer. Ja. Alter. Assamys. Äh. Ah, der war umkleidet. Scheiße. Alter. Der ist ja komisch. Was geht mit dem? Das will ich sehen. Aha. Woher wusste der das? Sag mal. Ähm. Die ist, glaube ich. Was hier denn? Ich hab keinen Fallen an der Tür. Direkt bei dir. Hinter dir. Hm. Ich hab keinen Assist gekriegt. 45 Sekunden. Ah. Der Behälter. Scheiße. Ich dachte, der hätte die Wand aufgemacht. diesem Plateau-Ding hinten. Weißt du, dann ist da raus. Boah, was für ein ekelhaftes Winkel. Ja. Ich dachte, der wäre da weiter links in der Ecke. An diesem Ding gewesen. Da hätte sich die Wand zum Flur aufgemacht. Weil ich hab den eigentlich draußen auf dem Flur gehört. Aber... Ja, gut, da ist die andere Tür noch. Also, ich hatte eh mehr Glück als Verstand. In dem Moment, wo ich eine Granate nach habe, steht hier mit dem Rücken zu mir. Ich wechsle auf die Waffe, dreht sie um und schießt mich. Das ist so... Ärgerlich. Wo sind wir? Hauptschlafzimmer. Okay. Hm. Hm. Aber der hatte unten so komisches weißes Strüffel-Zeug da. Wo ist der? Ja. Weil er das Feuer-Symbol hat. Hm. Hm. Be ready to engage, Op-4. Kamerans. Deploying my trombone. Setting the run. Deploying the bait. Deploying the bait. hit. Deploying the raid. Deploying the trigger. Deploying the attack. mit a plus one. Ich werde hier gerade aber die Wand aufmachen, finde ich, du weißt? Ach so, ja, ist so... Weil das ist so der einzige Weg in den Raum rein, ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber... Können Sie ausprobieren. Weiß ich mal, das Problem ist schwer, da wieder reinzukommen in den Raum, wenn sie den Ärmer haben, ne? Wo ich bin. Oh, ja. Oh, wie kann der mich schon haben, ey? Ich habe Sledge... War das Sledge ich getötet? Nein, Firmite, ich glaube es nicht, ey. Was der mich auch abgekriegt hat. Krass. Ich wurde durch den Scan-Attack, das höre ich ja gerne. Da war eine Drohne, Gunnar. Ja, Richtung Haupteingang kam eine Drohne hier oben. Also, Firmite ist da irgendwo. Ich höre ihn. Der braucht nur noch angepustet zu werden. Sehr schön, danke. Ich höre bei mir noch was. Oder wo? Bei mir hier oben. Was höre ich denn da? Ah, keine Ahnung. Ist der drinnen? Nee. Nee. Der hat hier unser... Am Fenster draußen. Ah, der hängt kopfüber. Ich muss jetzt kommen. Naja, genau. Ich bin über den Fenster draußen rum. Und dann wäre meine Razorblumen losgegangen. Ich habe keine Bock zu sterben oder was? Dann kommt er rein. Oh. Klang. Ja. Nebenehm. 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 laufen und gesehen wie der in den raum geht und dann höre ich wieder zurück gepoltert kommen nämlich prüfen um die ecke der hat sich schon gedacht was da los ja der vermehrt aber wirklich sofort er hat nichts mehr gehabt sehr ärgerlich ja da hinten ist wo grimm ich höre hier an der treppe irgendwas über mir Inde, ich bin das voll weg, ich bin das. Ich hab gedacht, wer kommt da gepoltert, ey. Der fette Igel. Über mir höre ich jemanden. Achso, ach das bist du. Ey, also hier oben scheint keiner zu sein, ich höre zumindest nix. Bruno, ist bei dir was? Haupteingang unten, ja. Sauber. Noch einer Haupteingang, hat reingekommen. Zwei haben Haupteingang. Oh, hier außen ist einer. Oh, scheiße, Krim ist schon an der Ecke. Scheiße. In einem kleinen Lebenraum ist da rein, glaub ich. Ja, ja. Down to 15 seconds. Protect the biohazard container. Op 4 eliminated. Mission successful. Hab ich sie schön von hinten weggeholt, ey. Nice. Alter, 6 Kills. Du hab ich das gerne. Ich liebe es, wenn das verhören der Abschluss ist. Dein Team hat das gegnerische Team gelobt. Das gegnerische Team hat dein Team gelobt. Ah, cool. Das war ja auch ein schönes Match. Weil wir gewonnen haben. Hehehehe. Sowieso. Das wär's scheiße gewesen. Ja. Es gibt nur 100% und 0%. Und Daniel, wie weit bist du? Äh, sag ich dir gleich. Ja, mal eben Pullern gehen, ne? Viel Spaß. Ich erlaue es. Ich erlaue es. G atrás ist das an, wir machen. Sie sehen uns dann irgendwo, bei einer A DC Force".